hörte mal auf zu drängen hier und damit herzlich willkommen zu meinen allerersten best of video zu der fremde kämpfer zu fallgeist ich habe mir so zum beispiel gedacht ja was ich auch mal daraus machen soll und zwar nämlich hier ein best of video für der fremde kämpfer zocker mario und auch natürlich auch bei mir weil ich spiele zurzeit auch naja ich habe auch schon mal ein paar runden mit kirito und mario zusammengespielt im fallgeist aber das ist auch eigentlich sehr selten dass ich spiele aber dafür mache ich hier einen best of video zu fallgeist also also der fremd also kirito fremde kämpfer und mario ich hoffe dir gefällt mein video zu best of bis direkt so dass du deinen ersten sieg bekommen hast weil dass du immer gerne mal im fallgeist einen sieg gönnen kannst ja dann viel spaß bei diesem video und film ab ja gern war dass du noch was zu tun hast und deswegen nicht den ganzen tag damit verschwenden kannst egal wenn du es nur so abkürzt es ist dennoch komplett noch die beleidigung also las den blödsinn verstanden sonst kannst du wegen mir gleich krepieren auf jeden fall irgendeinen film den ich halt noch nicht gesehen habe den habe ich halt ab mehr abgespeichert dass ich das ja und dann halt noch will ich jetzt gerne attack und halten halt unbedingt weiterverfolgen also das ist eine sehr positive verbesserung nein ich meine das ist cool aber das ist cool das gefällt mir ja ich meine bis jetzt wurden noch keine aufgaben speziell verteilt weil wir wollten halt erstmal den namen einfach mal haben und natürlich die meinung dazu ob das einen sinn macht so sowas einzuführen und so weil den einzigen vorschlag den ich noch selber reingehaut habe als vorschlag war noch zu thema den streams ob ich einen separaten stream kanal machen soll also wo die streams neu hochgeladen werden aber die streams werden dennoch auf dem kanal weiterhin stattfinden aus sich seit mal exklusiv streams machen zum beispiel so let's play aufnahmen würden dann auf denen kommen und dafür kommt ja das die ganz normalen aufnahmen dann dort das weiß ich halt leider nee ja das war unfair ich konnte nicht drüber springen ich konnte nicht mehr drüber springen weil der auf einmal sich so zusammengezogen hat dass man nur runterfliegen konnte aber ich finde es okay bis dahin hier bleiben wir beim schluss trennen weil wir sind zum finale gekommen nenn ja ich habe keine ahnung ich ich kann nicht mehr dazu ja spiel verarsche mich genau ich konnte ich kann nicht mehr springen und wenn an den dingen festgeklebt konnte mich nicht mehr wegbewegen bitte gruppen träge ja ich kann nicht mehr ausbauen okay kommen wir das finale zu dritte hat schon wieder platt komm samurais ja ich finde den samurais sieht auch cool aus aber ja gewonnen hat die tomate mutwillig mutwillig gegen die klau gegen die tussaut nein danke kein wortspiel jetzt genau immer zu den Hecksprungen da kommt man zum fall recht so cool das ist immer hier Hecksprungen zu benutzen bei solchen Spällen ich meine ich finde generell dieses system so mit diesen windmühlen angenehmer so vom eindruck das soll das auch rein rein mit mir so wollt du mal den mut noch machen damit die wissen dass sie mich da lassen sollen wer möchte ooooh die beiden die rumtrollen so könnt ihr bitte rein bevor die zeit abläuft das wäre sehr das ist jetzt hier hinten ein uuuu ooooh ooooh das sieht doch verlängerung der zeit aus ohohohohoho in der letzten sekunde hat's rot nicht geschafft da droht noch mal sich richtig gegeben äh noch nicht gegeben gut und ventilatoren das sind meistens mies gemacht also äh ging's das ganze spiel jetzt ernsthaft mit dem finalspiel? wollt ihr mich verarschen? wieso finalspiel? habt ihr einen neuen modus oder was? das ist die frostige Prüfung oh bitte sagt nicht dass man äh nur die spiel hat das ist bei 3 bei 3 runden so bei 3 runden ist es nur nichts oh gott äh äh dann schalte ich sie wieder aus weil ich hab sie bis jetzt nie geworfen äh ich hab sie bis jetzt nie gelber und scheide sogar noch aus ahhhh hahaha wieso kalen nimmt mich in all arm? hör auf die ganze kalen gegen mir tötet ihn und am besten nein 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 dann muss ich diesen hässlichen modus nicht mehr sehen ne es ist nur ein schönes spiel es geht mir nur so äh demmaßen gegen den strich langsam dass selbst der strich zum balken wurde ooooh weil ich lasse springen halt gerade momentan einfach wirklich aus NEIN 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 ok jetzt war ich mir raus dieser schlag hat mich rausgenommen ja das wäre ein wunderbar ist jetzt noch sache also ich bin auf jeden fall drin und da die äh beste hälfte ahhhh ja ich bin raus Das war ein bisschen asozial, okay, dann gucken wir uns den Kollegen zu. Los und leid, der so leid gewinnt, mein Zwillingsbruder. Wir müssen noch 5 gelbe wissen. Wo sind die ganz gelben? Ich sehe nur noch Leichen hier. Ja, das mini game hasse ich wie die Pest. Komm schon, ich will endlich gewinnen. Und dann habe ich endlich gewonnen und dann ist Fallgeist beendet für immer. Nein, natürlich nicht für immer, aber zumindest habe ich das Ziel, was ich erreichen will. Komm schon. Das war gerade knapp. Oh, das sieht nach endlos aus. Nein! Oh! Zwei! Komm schon! Komm schon! Ja! Kirito! Seine allererste Krone bei den Spaz-Folgen mit den Soul Knights! Anbiger, Kirito holt sich seine allererste Krone und Sassoon! Und dann hofft ihr euch schon mal. Was ist denn da? Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Heute ist der 12. Appel, 2. Worte! Das sind meine 15. Worte! 2. Worte! 2. 4. 4.